Wir sind Charlotte und Jana und bauen gerade unser eigenes Hausbrot. Das Haus hatten wir dann schon auch dahin gebracht zu dem Stellplatz in die Nähe. Aber die wirklich große Schwierigkeit war das dann da aufs Brot zu bekommen, weil das halt alles wackelt. Ja und weil wir auch an einem relativ schmalen Steg mit unserer Unterkonstruktion lagen. Also wir hatten dann in die Terrasse sozusagen vier Löcher gemacht, wo die vier Balken von dem Haus drin waren. Danach haben wir eigentlich die W-Links-Balken ran gemacht. Ja, wir haben die quasi von außen ran gebaut und das war gar nicht so leicht, dass die dann nicht einfach nach außen weggeklappt sind. Dann haben wir das Dach rauf gebaut. Wir hatten zwei Siebdruckplatten, die haben wir weiß angestrichen. Die haben wir dann aufs Haus geschraubt. Ein Tape-Profil hatten wir und das haben wir mit Silikon verdichtet, genau. Motorhalterung haben wir noch befestigt. Genau, das ist eigentlich wie so ein Brett einfach nur, wo dann der Motor rauf geklemmt wird. Oder so Ösen auf dem Deck und so Seilklampen, damit man das rot festmachen kann. Hier sind Kleinigkeiten noch.